Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich freue mich über diese Debatte über 50 Jahre Hochschulen für angewandte Wissenschaften, immer noch bei vielen besser bekannt als Fachhochschulen. In der Tat war Hessen damals Vorreiter. Ich möchte mich dem Glück wünschen und dem Dank namens meiner Fraktion gerne anschließen, weil in der Tat die Hochschulen für angewandte Wissenschaften wichtige Arbeit in der Lehre und auch in der Forschung leisten. Ja, und die Fachhochschulen sind eine wichtige bildungspolitische Errungenschaft. Es ist schon angesprochen worden, die Bildungsexpansion nach 1968 ist ein großer wichtiger Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit in diesem Land, weil die Hochschulen für angewandte Wissenschaften vielen Menschen den Zugang zur Hochschule, zu einem Studium ermöglicht, die es sonst schwer hatten. Unser Bildungssystem ist eben sozial ungerecht, dass es wie ein Flaschenhals wirkt und viele Menschen es sehr schwer hatten, an die Universitäten zu kommen. Da haben die Fachhochschulen einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass Menschen, die auf dem zweiten Bildungsweg die Hochschule besucht haben, aber auch studierende Eltern oder Menschen aus Arbeiterfamilien, also da haben die Hochschulen für angewandte Wissenschaften einen ganz wichtigen Beitrag. Dafür möchte ich mich bedanken, und das wollen wir natürlich ausdrücklich anerkennen. Es war ein richtiger Schritt deshalb auch der Landesregierung, dass die Hochschulen für angewandte Wissenschaften das eigenständige Promotionsrecht für die forschungsstarken Fachbereiche zuerkannt wurde. Das war auch notwendig, weil es für viele Fachbereiche überhaupt kein Pendant an den Universitäten gab. Das ist ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung der HAWs, damit sie einfach auch ihren eigenen wissenschaftlichen Nachwuchs ausbilden können. Soweit zum Positiven. Das haben wir damals ausdrücklich unterstützt, diese Änderung im Hochschulgesetz. Jetzt will ich vielleicht noch ein paar Probleme aufzeigen. Natürlich haben wir das Problem, dass die Hochschulfinanzierung im Allgemeinen zu niedrig ist und die Mittel pro Studierenden eben nicht reichen. Das merken wir auch bei den Betreuungsverhältnissen. An den Hochschulen für angewandte Wissenschaften haben wir noch im Speziellen ein Problem bei der Finanzierung, weil die HAWs in großen Teilen der Hochschulfinanzierung einfach benachteiligt sind, weil sie faktisch davon abgeschnitten sind. Da will ich noch einmal auf das Exzellenzprogramm LOEWE hinweisen. Das haben wir immer das LOEWE-Programm kritisiert, weil damit öffentliche Mittel als Drittmittel vergeben werden, also befristet vergeben werden und damit prekäre Beschäftigung gefördert wird, aber auch, weil die Hochschulen für angewandte Wissenschaften dabei einfach benachteiligt sind. Ein Großteil der Mittel geht an die Universitäten und an die außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Auch wenn irgendwann die dritte Förderlinie im NOEWE eingeführt wurde, wo die Fachhochschulen Anträge stellen konnten, ist es immer noch so, dass es, wenn man sich die Verteilung der Mittel anschaut, eine Ungerechtigkeit bei den Fachhochschulen gibt. Deswegen sind wir der Meinung, wir brauchen eine verlässliche und eine ausgewogene Hochschulfinanzierung. Das ist auch ein wichtiger Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit. Wenn wir die HAWs weiter stärken wollen, müssen wir dafür sorgen, dass sie eigenes wissenschaftliches Personal ausbilden können, dass sie es unbefristet beschäftigen können, dass die Mittel pro Studierenden steigen, dass es ein gutes Betreuungsverhältnis gibt und dass es kein derartiges Gefälle zwischen den Hochschulen gibt. Das ist ein wichtiger Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit, meine Damen und Herren. Im April 2008 habe ich an diesem Pult meine erste Rede im Landtag gehalten. Heute wird es meine letzte Rede sein. Wie meine erste Rede war auch die letzte Rede zum Thema Hochschulpolitik und ein Thema, das mir in der Tat am Herzen liegt und das ich mich auch gerne auf der Bundesebene dafür weiter stark machen will, Stichwort BAföG-Reform. Es gibt einiges zu tun, auch auf der Bundesebene. Damals 2008 war ich jüngster Abgeordnete hier im Hessischen Landtag. DIE LINKE war erstmalig in den Landtag eingezogen, ganz knapp. Es ging damals in meiner allerersten Landtagsrede um die Abschaffung der Studiengebühren in Hessen. Das war ein Thema, um das die Studierendenbewegung zwei Jahre lang gekämpft hat, auf der Straße, auf den Autobahnen mit besetzten Ministerien. Die Gewerkschaften hatten das unterstützt. 80.000 Unterschriften wurden gesammelt. Und das SPD, Grüne und Linke, dass wir damals gemeinsam die Studiengebühren abgeschafft haben. Ich finde, darauf können wir heute noch stolz sein. Das war auch ein bundesweites Signal, weil wir haben damals den Startschuss gegeben, dass dann wirklich in allen Bundesländern, in denen sie eingeführt waren, die unsozialen Studiengebühren gefallen sind. Ich sage für mich ganz persönlich, nie habe ich lieber in diesem Landtag die Hand gehoben als bei dieser Abstimmung, dass die Studiengebühren Geschichte war. Das hat sich gezeigt, es lohnt sich, für Dinge zu kämpfen. Das zeigt, dass Veränderungen möglich sind. Das freut mich noch heute, dass ich daran mitwirken konnte. Das wird auch bleiben, und das ist etwas, was wir durchgesetzt haben. 2008 war ein unglaublich spannendes Jahr. Gut, die CDU hat es, glaube ich, nicht in so guter Erinnerung. Aber es war deshalb so spannend, weil man damals nicht wusste, wenn ein Antrag in den Landtag eingebracht wurde, wie würde es am Ende ausgehen. Es gab wirklich diese wechselnden Mehrheiten. Ich weiß noch einmal, da hatten wir Rot-Rot-Grün, dann gab es einmal eine große Koalition bei dem einen Antrag, mal Jamaika, mal alle gingen die CDU. Das war eine unglaublich fordernde Zeit, gerade für uns damals als neue Landtagsfraktion, gerade frisch eingezogen. Es beendete dann bekanntermaßen in Neuwahlen. Die LINKE hat es immer spannend gemacht. 2008 sind wir eingezogen mit 5,1 %, 2009 mit 5,4 %, 2013 mit 5,2 %, 2018 war es dann deutlich besser. Aber davor mussten wir immer zittern. Das war eigentlich nicht das, was ich meinte, als ich gesagt habe, ich möchte meine hessischen Erfahrungen mit auf die Bundesebene bringen, so wie wir es letzten Sonntag erlebt haben. Diese Erfahrungen, auf die hätte ich verzichten können, gut. Nun ist es so. Dreizeinhalb Jahre habe ich jetzt dem Hessischen Landtag angehört, zwölfeinhalb davon als Fraktionsvorsitzende. Ich habe viel gelernt. Okay, Sie sehen vielleicht nicht alle so, aber ich würde das einmal so behaupten. Ich habe hunderte von Reden an diesem Rednerpult gehalten. Ich weiß gar nicht, ob ich 1.000 vollgemacht habe. Ich weiß es nicht genau. Ich habe zweimal Sondierungen erlebt, eine Landtagsauflösung, eine Immunitätsaufhebung. Ich weiß auch, ob damals wegen einer Teilnahme an einer Blockade eines Nazi-Aufmarsch sind. Ich habe in drei Untersuchungsausschüssen mitgearbeitet. Ich habe seit 2008 in den beiden Ausschüssen, im Wissenschafts- und Kunstausschuss, immer sehr gerne mitgearbeitet und im Wirtschafts- und Verkehrsausschuss die letzten zweieinhalb Jahre als Ausschussvorsitzende. Herr Dr. Naas, Sie werden mich vermissen. Es ist doch schön, wenn man geht und weiß, dass einen noch jemand vermisst. Wie gesagt, damals war ich die jüngste Abgeordnete. Mittlerweile bin ich die dienstälteste Fraktionsvorsitzende hier im Haus nach zwölfeinhalb Jahren. Jetzt möchte ich mich bedanken. Ich möchte mich bei ganz vielen Kolleginnen und Kollegen bedanken für die gute Zusammenarbeit und für den Austausch. Ich möchte mich bei den Fraktionsvorsitzenden von CDU, SPD, GRÜNEN und FDP bedanken. Bei Ines Klaus, Nancy Faeser, Matthias Wagner und Randy Rock für die Zusammenarbeit und ganz besonders für eins. Ich möchte mich dafür bedanken, dass sie im letzten Jahr diese gemeinsame Solidaritätserklärung gemacht haben, als ich die Morddrohungen des NSU 2.0 bekommen habe. Das hat mir viel bedeutet. Das war mir ein wichtiges Zeichen. Dafür noch einmal ganz herzlichen Dank. Ich denke, das absolut Entscheidende für diese Demokratie ist, anzukämpfen gegen die Gefahr von rechts bundesweit und in Hessen. Wir haben die NSU-Morde erlebt, den Mord aus dem ehemaligen Kollegen Walter Lübcke, Hanau, Wächtersbach. Deswegen ist es so wichtig, dass es eines der gemeinsamen Anliegen aller demokratischen Kräfte ist, gegen alle Formen von Rassismus und von Faschismus anzukämpfen. Ich denke, das ist auch eine wichtige Lehre aus der deutschen Geschichte. Ich möchte mich bei Bündnispartnerinnen und Partnern, bei Gewerkschaften, bei Betriebsräten, bei den aktiven Ausbewegungen wie gegen den Flughafenausbau, die Bürgerinitiativen und Sozialverbände bedanken. Ich möchte mich bei meiner Partei und bei der großen Unterstützung, die ich hatte, bei den Landesvorsitzenden. Ich möchte mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier im Landtag, in der Kanzlei, bei den Stenografinnen und Stenografen, bei den Ausschussgeschäftsführern und Geschäftsführern, bei Herrn Mayer und dem gesamten Hausmeisterteam, den Reinigungskräften, der Pforte, den Booten, den Saaldienern, die Mitarbeiter des Landtagsrestaurants und auch meinem langjährigen Fahrer möchte ich ganz herzlich danken für seinen großartigen Einsatz. Ich möchte mich bei meiner Ausschussgeschäftsführerin, bei Frau Schnier, für ihre Unterstützung in all den Jahren und ganz besonders in den letzten zweieinhalb Jahren als Ausschussvorsitzende bedanken. Herzlichen Dank, Frau Schnier, für diese tolle Unterstützung. Ich danke auch den Mitgliedern der Landespressekonferenz für die faire Berichterstattung. Mein ganz großer Dank geht natürlich auch und vor allem an meine Fraktion an alle aktuellen und an die ehemaligen Abgeordneten. Ich will ja Willi von Olin noch stellvertretend nennen. Ich möchte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken. Ich vermisse euch jetzt schon. Wir sind, glaube ich, ein tolles Team. Ich denke, wir haben gezeigt, dass man wirklich als sehr kleine Fraktion auch etwas bewirken kann, dass man auch aus Opposition heraus Veränderungen zumindest einmal anstoßen kann. Und deswegen euch allen meinen ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Und wir haben, glaube ich, als Team eine ganze Menge gerockt. Und stellvertretend für alle möchte ich einfach drei nennen. Damentlich Hermann Schaus, unser langjähriger PGF, mein Genosse und mein enger Freund. Hermann, danke für alles. Danke dafür, dass ich mich auf dich immer verlassen konnte, auf dich verlassen kann. Danke an Thomas Klein, dienstältester Pressesprecher hier im Landtag. Und, wie ich finde, auch ein sehr witziger Pressesprecher, wenn man die Presseerklärungen liest. Seit April 2008 dabei. Auch dir vielen Dank, Thomas. Und vielen Dank an meinen Referenten, an Sebastian Scholl, der mich so großartig unterstützt hat in all den letzten Jahren. Vielen Dank und danke für alles, Sebastian. Ja, vielen Dank. Sie merken, der Abschied fällt mir schwer. Ich bin sehr, sehr gerne Landtagsabgeordnete gewesen. Jetzt liegen neue Aufgaben vor mir. Vor denen habe ich großen Respekt und die gehe ich jetzt an. Ja, ich werde den Landtag und ich werde zumindest viele von Ihnen wirklich vermissen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute.